Guten Tag aus Frankreich! Hallo an alle! Ich denke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie sich heute meinen Film Ecoute Moi ansehen. Für mich ist es eine große Ehre, mein kleines französisches Werk international reisen zu lassen. Vielen Dank nochmals an das gesamte Team von Musik in Zeit, mir diese Chance zu gewähren und ein so schönes Ereignis zu organisieren, welches die beiden schönsten Kunstrichtungen vereinigt, die es meiner Meinung nach auf diese Welt gibt. Es tut mir wirklich leid, dass ich heute nicht bei Ihnen sein kann. Ich arbeite seit kurzer Zeit in einer großen Pariser Werbeagentur und muss ständig drei Arbeiten vorbereiten, was mich natürlich freut. Ganz kurz zu mir, ich heiße François Covec, ich bin Szenarist und Regisseur des Filmes Ecoute Moi. In den 21 Jahren meines bisherigen Lebens habe ich erkannt, dass mir die Musik am besten erlaubt hat, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen und mit anderen zu kommunizieren. In diesem Film wollte ich die Musik als universelle Sprache würdigen. Ich hoffe, sie spricht zu Ihnen und findet Ihren Gefallen. Haben Sie viel Vergnügen an dem Film und einen schönen Abend!